So, hallo und willkommen zu Let's Play Call of Duty Black Ops 2! Okay, und jetzt gehen wir dorthin, wo ich der... ...wag es ja nicht. Ich war nicht zombie. Okay, fahre ich so ein zombie. Tut mir leid, aber erstens bin ich scheiße im Multiplay-Modus, zweitens hab ich keine Lust immer wieder zu frecken. Ach ja, du nimmst jetzt auf Computer, auf Deutsch die ganze Zeit aufnehmen können, gell? Da nimmst du auf SD-Card und auf Computer. Aha. So. So. Mann, wie es bei uns klingt. Boah, aber wie es bei uns klingt, ey. Da ist nur noch einen halben Ton, ey. Du... Nichs wieder, du... Nichs wieder, nichs. So. Nicht so schlimm. Die Leute in YouTube und so hören's hundertprozentig. Ist da plötzlich ein neues Ach ne, dass die Ausgrabung Das hat er nicht Und zweitens denke ich, dass wir es nicht haben Warum haben wir Origins? So, dann zocken wir Origins Zeit wieder für den Auftritt von Dempsey & Co Ich hab nichts getan 4, 3, 2, 1 Passt, ich kann ja dabei Ach ja, die guten alten Zeiten von Black Ops 1 Langweilig, langweilig Oha Dempsey und die anderen Alle Ghosts zocken langweilig Was du sagst Oder was du nicht sagst Großartig, ne Merk, die ich zuvor noch niemals zuvor gezockt habe Ja, ich hab' den Schaufen Ah, F you Ah, fuckballs Dann hilfst du mir gefälligst Wenn diese Umwandlungsgeneratoren eine bessere Überlebenschance bedeuten Dann bin ich ganz beim Deutschen Türen öffnen, man mit Geld Hört ihr, Leute? Wenn ihr also bei euch zu Hause eine Tür öffnen wollt Müsst ihr erst mal Geld haben Hast du gelacht wegen dem Scherz? Ah, nice Der Scherz war eigentlich lahm Aber was soll's Hey, ich bin Richtofen Und du bist MC Ja, und ich bin am Arsch Weil ich keine Freaks kriege bei mir Hey, woher kommt ihr? Ah, das hab' ich nicht gewusst Weil es ab einer bestimmten Stelle am Anfang aufhört Jede Runde kann man ein Brett mehr zuschließen So, verschwende ich jetzt mal meine Granaten Jetzt vergessen Der Outside-Satz hat's tatsächlich vergessen Habe ich gerade gehabt, aber Keine Sorge, du brauchst nur eine Granate, dann kaboom Fabian, bei dir sind welche Ey, meine Shooter Äh Welche Viecher? Ich hab' gesagt, ich kenne mich damit nicht aus Und zweitens Fabian, oh fuck Ah, shit, Lotto Zweimal Messer, zweimal Messer Ah Es ist unterbrochen GESCHAFT! Es ist aufgeladen Oh, jetzt hast du Zombie-Blick und wüsst nicht von ihm erkannt Hey, kaboom Hey, kaboom Du freak Sieht mehr oder weniger wie ein Wassertropfen aus, wenn ich mal so sein darf Hey, Shooter, wir sollten hier verschwinden Sonst wird aus uns noch Zombie-Futter Ja, und weißt du, was mit mir ist? Es ist gleich aus Das können wir nachher anschauen Dreimal, scheiße Siehst du, das kommt davon, wenn wir schon lange nicht mehr Blackouts gezockt haben Ich verstehe gar nicht mehr, was ich machen muss Du hast 3000 Okay, Shooter, komm hierher Alter, schnell Türe öffnen Fuck Alter, Fabian Ja, veröffne doch mal die Türe da Maximale Rundfunk Fabian, öffne die fucking Türe Holy fucking shit Petron 20, er besser als ne Äh, ja, ich hab's geschafft Ich bin, ich bin recht doofen, so einfach erledigt ihr mich nicht, meine Kinder Das muss Täter nicht sein Eigentlich haben die doch maximale Munition Ich bin tot, Alter Zombie-Blut Ich komme Das war ein Fail Töt halt Da, auf die Seite vorbeilaufen Alter Komm schon, explodiert, ey, fucking Granaten Aua Gehst du da rein? Die Granaten mussten noch Das geht nicht mehr Ähm, ich hab kein Luft mehr Aua Einmal Das war ein Glück Doch nicht Fuck Jetzt hast du nur noch Semtex Boah, es leckt Boah Boah Holy fucking Alter Könnt ihr mich hören? Bitte, ihr müsst mir helfen Ich bin hier gefangen Ich will doch nur nach Hause Alter Hat hier jemand gerade eintragen? Ich bin aber nicht zu den Ebenen Ich hab ne AK-47, uh Wenn du sie haben willst, musst du zu meiner Richtung kommen Alter Was zahl die Scheiße, Mann Coming Ich glaub, das ist Fabian Doch nicht Unten gibt es ein AK-47, ich hab leider keine kenne Fuck, balls Das kommt davon, wenn man nicht mehr lange das Spiel gespielt hat Ich bin so eingerostet Wie ein Wurm im Ah, fuck Ah, Fabian ist hier gut Ich probier trotzdem mitzuhelfen Fabian, hinter dir Ich muss aufhören, auf deinem Bildschirm hochzuschauen Jetzt muss ich mich nur noch auf Wurm Wurmi Das muss ich sagen, bleib ich doch für mich selbst Sollen wir es aktivieren? Ja, ich war das hier Ausnahmsweise, ja, okay Ah, er ist tot, der Wichser Oder mit, mit meiner scheiß Fuck Balls Ah Holy fucking shit Tja Ich hasse es Ich hab nicht mal einen geplant, dass das für eine Map ist Ich hab hier niemals gespielt Weißt du, wie lange das hier ist? Oh, well, gotta be next time Alter, achso, du bist ja tot Bingo Oh, dass man das nicht checkt Ich hatte dich vergessen Gleich weg, weg Lauf, lauf Ah, wollte ich Wollte ich Wollte ich rennen oder sowas Ja, er hat mich angerempelt Im wahrsten Sinne des Wortes Was wiederum nicht witzig ist Hey, Riesenroboter, könntest du uns mal ausnahmsweise helfen? Ah, fuck Ah, wir sind im Arsch Wir sind nicht gut in dieser Map Alter Du bist am aller, aller, aller wertesten Shit, lauter Fuck Ich bin nicht mehr tot gekommen Du bist im Weg gewesen Also Das passiert, wenn ich Origin spiele, ohne dass ich mich erinnere Wie diese Map gespielt wird Wir müssen jetzt gleich rauchen Wir müssen gleich das Ding aktivieren Ich wollte, ja, das ist der erste Wir müssen Level 1 oder Lass uns möglichst von der Reihe da raus Aus der Schone 6 oder so Aus dem ersten Raum So, ich bin total verrostet Irgendwie habe ich auch nicht mehr so viel Ja, drück gleich A Gleich, Fabi Ich bin zu sehr verrostet Verdat noch mal Ich habe so ein schlechtes Reaktionsvermögen Vermögen gehabt Meh Ich hoffe, dass ich nicht Trichtofen bin Deswegen wurde ich auch öfters angegriffen Vielleicht werde ich Nikolai Ja, der Russe Der besoffene Russe Oh yeah Ich bin Takeo Ich bin der Japsel Na, aber meint, was das betrifft Das war eigentlich nett gemeint Der Strom muss eingeschaltet werden Dankeschön, dass du es mich sagst Als ob ich das nicht gewusst hätte Oh well Ah, ich bin hier Ah, sie sind da Wie hast du das hergebracht? Ich bin hier Gern geschehen! ganz gleich okay werfen wir uns ein Grenad weg wir sind erst bei Runde 2 und man hat die Tür schon öffnet ich meine schon ist seit draußen 7 Schilder auf Wart und zum Glück wenn ich der zweite gegangen wäre ich jetzt hinüber freundchen weil sie sind jetzt diese Türe Fuck, ich brauche aber eine Knarre. Es gibt keine. Okay. Ja, du musst aufmachen. Nicht da. Doch da, beschräg dich. Farsch mich noch einmal und dann landest du ihm. Noch nicht das Gerät aktiviert. Geh erst mal richtig gewacht. Hey, hier ist die Kiste. Die Kiste sind hier. Alter, was? Shitload of fuck. Strom muss eingeschaltet werden. Japp, hab's gerade probiert. Großartig, ich hab keine Moni mehr. Okay, geh fuck out of 4 und hole mir eine Knarre jetzt. Die Verfluche, die sind hinderlich. Aber die sind den anwachen, ja nicht, gell? Einverstanden. Hä? Oh, fuck. Was? Mach. Mach. Fuck it. Oh, es leckt. Das war unser Tod letztes Mal. Ähm, laggy, kannst du bitte aufhören zu laggen? Bitte, danke schön. Okay, ich brauche mehr Geld. Oh, das war's. Ich brauche. Oh, schau. ja ich habe die Zombies abgelenkt 1200 für die Knarre unten und er darfst warum lege ich oder im Allgemeinen warum wir aktivieren ja und desto länger müssen wir das Ding beschützen ich werde diese zwei Plätze hier schützen diese Seiten hier werde ich schützen hey das Ding ist an ok dann ganz schnell SHIT LOT OF FUCK hab ich ja boah ich hab äh ne ja das hat weh ja 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 seit wann cool aber was hat man kann abwärts ich dachte das wäre schon gewesen seit dem Anfang an cool ich habe Temp warum bin ich zu langsam hier oben rum zu laufen ist instant ein Kind für mich hier ist etwas für eine Schaufel wer hat eine Schaufel hier ich höre den Robi die ja ja du bist tot alles ok Shooter belebt sie wieder mit dauernd Potsdörte bei kurzem was genutzt das ist die tschupe 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 und freaky es könnte die bieten Kami haben wir schon alle freaks getötet das hört sich so nicht an doch wir haben alle getötet ich brauche eine bessere waffe ich arme japse hast du die frie schon mal gehört deutsche keine freakies okay hä oh fuck k hätte ich noch einen einzigen 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 8 8 10 Leute, ihr solltet euch langsam an meine Kiste holen. Da, du hast Teddy erwischt. Fuck! Ich mit einer Fail und du mit einem... Ich bin ein Marsch. Gehen wir weiter. Äh, ich bin nicht der Meistbietende. Das ist, spielt Fabian. Ist Fabian der Russe oder Dempsey? Ich glaube Dempsey, ich sehe so aus. Arbeitsjob. Hm, so sick. Ihr habt ja schon alles da unten durchsuchen, wegen Teilen und so. Ich hab nichts entdeckt. Ich bin auch ein Wurmi... Ah, ich dachte ich hätte einen Freak gesehen. Tschuldige. Das hab ich nicht gewusst. Ich geh mal nach oben. Warte, vergiss den Schisch. Ich... Fabi, next door. Da. Da. Ihr müsst mir helfen. Bitte. Es gibt einen Weg, das Jobs öffnen. Mein Vater war so nah dran. Niemandsland. Er sagte... Man muss die Schuhe... Oder keines Mannes Land. Das Mann... Äh, Land von keinem Mann. Ich bin Amonit. Hey, ich hab'n Kameramunition kaufen. Fuck, HIT DAUCH! Ich hab' die mit Aufsatz... Äh, mit Justierschaft und Kameramunition kaufen. 600. Das ist so, was ich hab'n. Ah, shit! Mann! Ähm, wir sind am Arsch, vielleicht? Mh, fuck! Fuck, 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 fuck. Wir sind begonnen, dort wo... ...fahren jetzt kommen... ...und so viele... ...so viele... ...so viele... ...so viele... Ah! Ich hab' leider keine Chance mehr. Das sind viel zu viele Freaks. Tut mir echt leid. Von links... ...und von rechts. Ah! Ich zeig' dir den Mittelfinger! Eine der schwersten Maps, die es überhaupt gibt. Okay... See ya! ... ... ... ... ...